In diesem Video erklären wir dir, wie du Bitcoin und Lightning Zahlungen in deinem Online-Shop akzeptieren kannst. Wenn du bereits einen eigenen Online-Shop betreibst und dort Kreditkarte und PayPal-Zahlungen akzeptierst, kannst du deinen Kunden ganz einfach auch Bitcoin-Zahlungen als eine zusätzliche Zahlungsoption anbieten. Es gibt eine Vielzahl von Bitcoin-Zahlungsanbietern und es ist nicht ganz einfach, den richtigen Anbieter für die eigenen Bedürfnisse zu finden. In diesem Video stellen wir dir die verschiedenen Kriterien vor, nach denen man den passenden Bitcoin-Zahlungsanbieter auswählen kann und stellen dann in einem nächsten Video die 10 besten Bitcoin-Zahlungsanbieter dann nochmal etwas genauer vor. Mit dem Wissen aus diesem Video wird es dir dann leicht fallen, den passenden Zahlungsanbieter für deine individuellen Anforderungen auszuwählen. Wenn du bereits einen Online-Shop betreibst, erklären wir dir, mit welchen Zahlungsmodulen du eine einfache technische Integration vornehmen kannst, ob du neben Bitcoin auch andere Kryptowährungen akzeptieren solltest und bei welchem Anbieter eine Gutschrift der Umsätze auf deiner eigenen Bitcoin-Wallet oder auch eine Gutschrift auf deinem Bankkonto möglich ist, welche Zahlungsanbieter man meiden sollte und wie hoch die Gebühren so in der Regel sind. Und dann, wie die Umsätze in der eigenen Buchhaltung erfasst und verbucht werden. In einem unserer nächsten Videos sprechen wir dann über die 10 besten Bitcoin-Zahlungsanbieter und ebenso ist ein Video in Planung, in dem wir darüber sprechen, wie man Bitcoin-Zahlung auf seiner Internetseite annehmen kann. Und wenn du keines dieser Videos verpassen willst, dann abonniere am besten diesen Kanal, dann wirst du automatisch erinnert, wenn diese Videos erscheinen. Wenn du Fragen hast zu diesem Video oder zu den zukünftigen, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und jetzt haben wir aber genug gebabbelt, nach dem Intro geht's auch schon los. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man Bitcoin-Zahlungen im Internet erhalten kann. Man kann einen eigenen Online-Shop betreiben und darüber Waren und Dienstleistungen verkaufen. Man kann aber auch Bitcoin-Zahlungen über die eigene Internetseite empfangen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit Online-Shop. Wir richten uns dabei an Betreiber von Online-Shops, die in der Regel physische Waren verkaufen, die dem Kunden nach erfolgreicher Zahlung dann über den Postweg zugestellt werden. In einem zukünftigen Video, das mit dem Titel Bitcoin-Zahlungen im Internet akzeptieren gehen wird, werden wir erklären, wie man Bitcoin-Spenden auf seiner Webseite akzeptiert, wie man Bitcoin zur Bezahlung von Rechnungen verwendet oder wie man Zahlungen vor Ort über einen sogenannten Web-Point-of-Sale akzeptiert. Du betreibst bereits einen Online-Shop und akzeptierst bereits Kreditkarte oder PayPal. Der Ablauf ist für deine Kunden dann eigentlich doch wie folgt. Dein Kunde wählt in deinem Online-Shop die gewünschten Produkte aus und legt sie dann in den Warenkorb. Dann geht er zur Kasse, gibt dort dann die Adresse an, an die die Bestellung verschickt wird. Danach folgt dann die Auswahl der angebotenen Zahlungsarten, also zum Beispiel Kreditkarte und PayPal. Und wie wäre das denn, wenn in der Zukunft deine Kunden auch mit Bitcoin bezahlen könnten? Wenn du bereits einen Online-Shop betreibst, hast du für die vier Zahlungsmethoden, also Kreditkarte und PayPal, bereits einen Payment Provider, über den du die Zahlung abwickelst. Leider wird dein Zahlungsanbieter die Zahlungsmethoden Krypto oder Bitcoin und Lightning nicht unterstützen. Deshalb musst du einen zusätzlichen Zahlungsanbieter wählen, über den du deine Bitcoin-Zahlungen abwickeln kannst. Hier sehen wir eine Übersicht aller Zahlungsanbieter oder aller Bitcoin-Zahlungsanbieter, die man so finden kann. Wir haben die verschiedenen Anbieter und ihre Besonderheiten nochmal auf der Seite CoinShot.io slash Bitcoin minus Zahlungsanbieter noch einmal genauer aufgelistet und genau vorgestellt. Und wie gesagt, in einem nächsten Video gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Als Online-Shop-Betreiber finde ich es schon sehr erfreulich, wenn man eine so große Auswahl hat. Doch wie wähle ich bei dieser großen Auswahl jetzt für mich den passenden Anbieter aus? Bei der Auswahl gibt es eigentlich drei Fragen, die man sich als Online-Shop-Betreiber selbst beantworten sollte, um den passenden Anbieter zu finden. Die Fragen lauten dabei eigentlich immer, welche Kryptowährung sollte neben Bitcoin noch akzeptiert werden? Welche Shop-Software verwendet man und setzt man bereits ein? Und möchte man die Bitcoin behalten oder sollen sie auf ein Bankkonto ausgezahlt werden? Wir werden diese Fragen jetzt so einzeln durchgehen und dabei prüfen, welche Anbieter dabei in die engere Wahl kommen. Beginnen wollen wir damit, welche Kryptowährung sollte man denn eigentlich akzeptieren? Wer Kryptowährung in seinem Shop anbieten möchte, wird auf jeden Fall Bitcoin anbieten. Bitcoin ist die am weitesten verbreitete Kryptowährung. Und jeder, der Kryptowährung besitzt, hat auf jeden Fall auch Bitcoin in seinem Portfolio. Doch es gibt aber Bitcoin über die Blockchain, was man auch On-Chain-Bitcoin nennt. Und da gibt es einige Nachteile für die Zahlungsabwicklung, wie zum Beispiel, dass eine Bitcoin-Transaktion manchmal etwas länger dauern kann und auch sehr teuer sein kann. Dieser Manko, der wird mit Bitcoin über das Lightning-Netzwerk behoben. Eine solche Bitcoin-Lightning-Zahlung zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sie blitzschnell und sehr günstig ist. Lightning ist perfekt für die Zahlungsabwicklung geeignet, wie wir es hier auf dem Kanal aber auch schon ein paar Mal erklärt haben. Entsprechend sind Bitcoin- und Lightning-Zahlungen also ein absolutes Muss. Und wir können schon mal einmal alle Krypto-Anbieter streichen, die nicht Bitcoin und auch nicht Lightning anbieten. Sonstige Kryptowährungen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob und welche weiteren Kryptowährungen denn man noch anbieten sollte. Dem Angebot weitere Kryptowährungen, dem stehe ich skeptisch gegenüber. Wer seinen Kunden auf der Bezahlseite eine riesige Auswahl von verschiedenen Kryptowährungen präsentiert, der läuft nämlich Gefahr, das seine Kunden zu verwirren und damit eher abzuschrecken. Im schlimmsten Fall könnte dies zu einem Kaufabbruch führen. Jeder Besitzer von Kryptowährungen hat auch Bitcoin und somit die Möglichkeit, bei dir zu bezahlen. Auch wenn du nur Bitcoin anbietest. Das ist ungefähr vergleichbar mit dem Bezahlen per Kreditkarte. Hier muss man Visa und Mastercard anbieten, aber nicht diners, American Express oder was es sonst noch so alles gibt. Wer aber seine Produkte zum Beispiel speziell an chinesische Kunden vertreibt, der sollte die in China weit verbreitete Kreditkarte UnionPay anbieten. Und diese Empfehlung, die lässt sich auch auf Kryptowährungen sehr gut übertragen. Wer Produkte anbietet, die sich gezielt an einen Personenkreis zum Beispiel mit einem hohen Bedürfnis an Privatsphäre richtet, für den könnte Monero eine Option sein. Und wer seine Produkte in Länder verkauft, in denen der US-Dollar als Zweitwährung sehr stark genutzt wird, für den ist ein US-Stablecoin wie zum Beispiel Tether eine wichtige oder interessante Option. Daher meine persönliche Empfehlung. Monero und Tether können unter ganz bestimmten Voraussetzungen eine sinnvolle Ergänzung sein. Bitcoin und Lightning sind deswegen ein Muss und keine anderen Kryptowährungen, um die Kunden nicht zu verwirren oder gar abzuschrecken. Anbieter, die Bitcoin-Lightning-Payment nicht unterstützen, kommen für uns also nicht in Frage. Diese scheiden bei unserer Auswahl aus und so hat sich, wie man hier sieht, unsere Auswahl auch schon etwas gelichtet. Zwangsregistrierungen von Kunden. Drei weitere Anbieter müssen wir auch ausschließen und zwar die Anbieter BitPay, Coinbase und Krypto.com. Coinbase und Krypto haben wir bereits ausgeschlossen, weil sie Lightning-Zahlungen für die Zahlungsabwicklung nicht unterstützen. Es gibt aber auch noch einen wichtigen Grund, warum man Coinbase, Krypto und BitPay nicht verwenden sollt. Wenn du in deinem Online-Shop die Zahlungsabwicklung von diesen drei Anbietern anbieten würdest, müssten sich deine Zahler, also deine Kunden, sich vorher bei Coinbase, Krypto.com oder BitPay registrieren. Deine Kunden dürfen nämlich nicht bei dir bezahlen, wenn sie es nicht vorher bei diesen Anbietern registriert haben. Du müsstest deine Kunden dazu nötigen, dass sie ein Konto bzw. eine Wallet bei diesen entsprechenden Bitcoin-Zahlungsanbietern erstellen. Dies würde unweigerlich zu erheblichen Kaufabbrüchen kommen und diese Bevormundung, und eigentlich ist es ja Kundendiebstahl, ist meiner Meinung nach inakzeptabel. Denn das Besondere an Bitcoin ist ja gerade, dass es unabhängig ist und jeder, der über Bitcoin verfügt, die Möglichkeit haben sollte, bei dir zu bezahlen. Dabei darf es keine Rolle spielen, auf welcher Wallet dein Kunde seine Bitcoin aufbewahrt. Und schon gar nicht, dass er gezwungen wird, seine Bitcoin vorher auf einer Wallet dieser drei Anbietern zu übertragen. Bei solchen Verhalten ist es daher abzulehnen und die Nutzung dieser Zahlungsanbieter zu unterbinden. Welches Shop-System? Bei der Auswahl des passenden Bitcoin-Zahlungsanbieters spielt das verwendete Shop-System eine sehr wichtige Rolle. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Lösungen auf dem Markt, mit denen man seinen eigenen Online-Shop betreiben kann. Diese Shop-Systeme werden in der Regel auf dem eigenen Server betrieben, den man bei einem entsprechenden Internet-Provider hostet. Bei diesen Shop-Software-Lösungen handelt es sich in der Regel um offene Systeme mit einer eigenen API-Schnittstelle, über die die Funktionalität des Shops erweitert werden kann. Eine solche Erweiterung sind unter anderem zusätzliche Zahlungsmethoden oder die freie Wahl des eigenen Zahlungsdienstleiters. Leider gibt es aber auch sogenannte geschlossene Shop-Systeme. Diese geschlossenen Shop-Systeme werden oft von Internet-Providern selbst betrieben und verfügen über keine offenen, damit weiterführenden Schnittstellen. Diese Shop-Systeme ermöglichen zwar eine schnelle und einfache Erstellung eines Shops, allerdings können nur die vom Anbieter zur Verfügung gestellten Funktionen dabei genutzt werden. Eine Bitcoin-Zahlungsabwicklung gehört leider nicht dazu. Wer also einen Shop zum Beispiel von Jimdo, Strato, 1&1 oder ähnlich betreibt, muss leider auf die Bitcoin-Zahlungen für seine Kunden verzichten oder er muss auf ein anderes, auf ein offenes Shop-System umsteigen. API-Anbindung. Für die Zahlungsabwicklung ist es notwendig, dass der Online-Shop mit dem Zahlungssystem interagiert und deshalb technisch miteinander verbunden werden. Diese technische Integration kann über eine API-Schnittstelle erfolgen, die von jedem Payment-Provider zur Verfügung gestellt wird. Ein Programmierer kann so problemlos einen Online-Shop an einen Payment-Provider anbinden. Zahlungsmodule oder Payment-Plugin. Doch warum sollte jeder Shop-Betreiber eine eigene individuelle Anbindung programmieren lassen? Damit nicht für jeden Shop eine eigene Anbindung entwickelt werden muss, stellen Payment-Provider entsprechende Zahlungsmodule zur Verfügung, um eine schnelle und einfache technische Integration zu ermöglichen. Ein solches Zahlungsmodul, auch manchmal Payment-Plugin genannt, sitzt zwischen dem Shop-System und dem Zahlungssystem und fungiert als so eine Art Brücke zwischen diesen beiden Systemen. Ein solches Payment-Plugin kann sehr einfach und ohne aufwendige Programmierung in ein bestehendes Shop-System integriert werden. Bei der Auswahl des passenden Bitcoin-Zahlungsanbieters sollte man sich für einen Anbieter entscheiden, der ein entsprechendes Payment-Modul für die Anbindung an dein Shop-System zur Verfügung stellt. Deshalb wollen wir jetzt mal einen kurzen Blick auf die am weitesten, verbreitetsten und gängigsten Shop-Systeme werfen und dabei überprüfen, welcher Bitcoin-Payment-Provider für diese Shop-Systeme ein entsprechendes Zahlungsmodul zur Verfügung stellt. Wenn du eine Webseite unter WordPress betreibst, dann wirst du wahrscheinlich auch das Shop-System WooCommerce nutzen. Denn WooCommerce ist das mit am weitesten verbreitetste Shop-System und dementsprechend bieten auch alle Bitcoin-Zahlungsanbieter, die ihren Kunden Bitcoin-Zahlungen anbieten, ein entsprechendes WooCommerce-Plugin an. Somit haben die Betreiber, die einen Shop auf Basel von WooCommerce betreiben, die freie Auswahl bei den entsprechenden Bitcoin-Zahlungsanbietern. Shopify. Das am zweithäufigsten genutzte Shop-System ist Shopify. In der Übersicht seht ihr die Zahlungsanbieter, die eine Bitcoin- und Lightning-Integration zur Verfügung stellen. Bei Shopify auf deren Webseite, dort findet man noch weitere Krypto-Anbieter, die jedoch keine Lightning-Zahlungen unterstützen. Shopware. Im deutschsprachigen Raum sehr stark vertreten ist die Lösung von Shopware mit insgesamt vier Anbietern, die ein Payment-Plugin zur Verfügung stellen. Wix. Eine starke Verbreitung erfreut sich auch das Wix-Baukastensystem mit dem integrierten Wix-Store. Hier finden sich insgesamt vier Anbieter, die Bitcoin- und Lightning-Zahlungen unterstützen. Wer eine weniger verbreitete Shop-Software einsetzt, der hat eine etwas kleinere Auswahl. Oder er muss einen Entwickler beauftragen, der über die API-Anbindung eine individuelle Verbindung herstellt. Auf der Webseite coincharge.io slash Bitcoin-Zahlungsanbieter, dort findest du alle Bitcoin-Lightning-Anbieter nochmal aufgelistet. Und dort stehen auch die jeweiligen Zahlungsmodule, welche von den jeweiligen Anbietern angeboten werden. Aber wie gesagt, in einem nächsten Video gehen wir da nochmal etwas genauer drauf ein. Sollte für dein Shop-System kein Zahlungsmodul angeboten werden, können wir von Coincharge auch eine entsprechende Anbindung für dich technisch umsetzen. Teile uns mit, welches Shop-System du verwendest und zu welchen Bitcoin-Zahlungsanbieter du eine Anbindung wünschst. Und wir erstellen dir gerne ein individuelles Angebot dafür. Bitcoin behalten oder aufs Bankkonto auszahlen lassen? Eine nicht unwichtige Frage ist, ob man die eingenommenen Bitcoin behält oder lieber umtauscht und sich auf sein Bankkonto auszahlen lässt. Wer Bitcoin akzeptiert, hat die beste Möglichkeit, selbst an Bitcoin zu kommen. Anstatt Bitcoin von einer Börse oder einem Broker zu kaufen, erhält man Bitcoin von seinen Kunden. Und du kannst dann selber entscheiden, ob du die Bitcoin in deinem Unternehmen belässt oder die eingenommenen Bitcoin privat von deinem Unternehmen abkaufst. Sollten die dann eingenommenen Bitcoin in der Zukunft zu groß werden, um sie alle zu behalten, kannst du die selbst bei der Bitcoin-Börse oder dem Broker deines Vertrauens auch wieder verkaufen. Wenn du die Bitcoin behalten möchtest, kannst du zwischen allen Anbietern wählen, die keinen Umtausch oder eventuell beide Optionen anbieten. Und hier findest du eine Auswahl der Anbieter, die eine Auszahlung in Bitcoin ermöglichen. Gerade bei größeren oder nicht inhabergeführten Geschäften ist eine Auszahlung in Euro meistens gewünscht. Hier kommt also nur ein Anbieter in Frage, die den Umtausch in die eigene Währung und die Auszahlung auf ein eigenes Bankkonto ermöglichen. Hier ist auch darauf zu achten, dass der entsprechende Anbieter auch die Auszahlung auf ein europäisches Bankkonto anbietet. Wir haben hier lange Zeit den amerikanischen Anbieter OpenPay für Kunden empfohlen, die eine Auszahlung auf das eigene Bankkonto wünschten. Leider unterstützt OpenPay die Auszahlung auf ein europäisches Bankkonto nicht mehr. Gebühren Ein weiteres Auswahlkriterium sind die Gebühren, die der Bitcoin-Zahlungsanbieter erhebt. In der Regel belaufen dich die Gebühren auf ca. 1% des Umsatzes. Monatliche Grundgebühren oder Transaktionsgebühren werden von keinem dieser Anbieter erhoben. Wird also auch kein Umsatz gemacht, dann fallen auch keine Gebühren an. Beim Umtausch von Bitcoin in eine Fiat-Währung und bei der Auszahlung auf ein Bankkonto können zusätzlich Gebühren anfallen. Dies können Gebühren für den Umtausch sein, aber auch die Gebühren für eine Überweisung, also für die Auszahlung auf das eigene Bankkonto. Hier sollte man bei den jeweiligen Anbietern mal nachschauen, aber es lässt sich auf jeden Fall sagen, dass die Gebühren für die Bitcoin-Zahlungsabwicklung auf jeden Fall günstiger sind als z.B. für Kreditkarte und Paypal. Buchhaltung und Steuer Die Zahlung mit Bitcoin muss auf jeden Fall ja in der eigenen Buchhaltung erfasst werden. Für die Rechnungsstellung ist in der Regel das jeweilige Shop-System zuständig. Für die bestellte Ware wird eine entsprechende Rechnung erstellt und dann verbucht, wenn die entsprechende Rechnung auch bezahlt wurde. Um zu erfassen, ob eine Rechnung bezahlt wurde, ist es für die Buchhaltung zunächst unerheblich, mit welcher Zahlungsart bezahlt wurde. Nach erfolgreicher Zahlung wird die Rechnung vom verwendeten Shop-System dann automatisch auf bezahlt gesetzt. Diese automatische Rückmeldung, die wird von dem Zahlungsdienstleister an das Shop-System übermittelt. Die Buchhaltung freut sich, dass die Rechnung erfolgreich bezahlt wurde, möchte aber wissen, wo die Zahlung dann eigentlich gut geschrieben wurde und gegebenenfalls die einzelnen Zahlungen nachzuvollziehen. Eine solche Transaktionsübersicht wird von allen Bitcoin-Zahlungsanbietern zur Verfügung gestellt. Dazu loggt man sich dann in das jeweilige Backend ein und findet dann dort alle Transaktionen aufgelüstet, die man dann problemlos als CSV-Datei zur Weiterverarbeitung dann auch exportieren kann. Es gibt aber auch Anbieter, die sich auf der Stellung von Steuerberichten oder Steuerreports für Krypto-Transaktionen spezialisiert haben. Der Anbieter Cointracking hat zum Beispiel Coinstap integriert. Wer seine Zahlung über Coinstap abwickelt, kann diese Transaktion dann bei Cointracking importieren und erhält einen aussagekräftigen Steuerreport. Zusammenfassung. Wer einen Online-Shop betreibt, kann seine Kunden ganz einfach Bitcoin- und Lightning-Zahlungen anbieten. Wie wir gesehen haben, gibt es eine große Auswahl an Bitcoin-Zahlungsanbietern und es ist mehr die Schwierigkeit darin, den richtigen Anbieter für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Wenn man sich jedoch darüber im Klaren ist, dass man auf jeden Fall Bitcoin- und Lightning-Zahlungen akzeptieren möchte und ein etabliertes Shop-System verwendet, wird man schnell den passenden Anbieter finden. Etwas schwieriger kann es werden, wenn man als Online-Shop eine Nischenlösung verwendet. Aber auch hier kann man mithilfe einer API-Anbindung eine passende Lösung entwickeln. Wir haben dir nun einen Überblick gegeben, worauf du bei der Auswahl eines Bitcoin-Zahlungsanbieters achten solltest. In unserem nächsten Video, da stellen wir dann die 10 besten Bitcoin-Zahlungsanbieter etwas genauer vor. Wie schon eingangs gesagt, ist es vielleicht am besten, wenn du diesen Kanal abonnierst und zusätzlich die Glocke aktivierst. Dann wirst du nämlich automatisch erinnert, wenn das entsprechende Video über die Bitcoin-Zahlungsanbieter dann erscheint. Wenn du Fragen hast, schreib diese bitte unten in die Kommentare. Ich danke für euer Interesse und würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder hier begrüßen zu dürfen. Macht es gut, Gute und bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.